So, herzlich willkommen zu Minecraft Invasion. In der Tat. Wie es läuft, endlich. Voll excited. Ja, wir haben jetzt öfters mal probiert. Ja, wie gesagt, das kriegen wir hin. Endlich funktioniert es. Nicht wundern oben auf meiner Map, das ist ein bisschen verbuggt. Ich habe keine Ahnung warum in die Richtung. Ja, Minecraft Invasion. Wir gucken mal ins Questbuch rein. Ja, für alle, die das jetzt lesen wollen, können das jetzt schön pausieren, weil ich habe jetzt keine Lust, das zu lesen. Ich habe heiße Quellen gefunden. Probier mal aus. Ist die auch wirklich heiß? Nein, ich habe hier ein Gebilde gefunden. Komm mal mit. Komm mal, geh mal hier rein. Heiße Quellen. Nein. Komm schon, spring rein. Nein. Gut. So, hier vorne ist ein Gebilde, da ist auch schon ein Totenkopf, da ist auch ein Spawner drin, so wie ich das gerade gesehen habe. Ein Totenkopf? Ja, da sind mehrere Totenköpfe. Oh ja, ich sehe die. Beware. Beware. Also eins, eins Spawner ist hier. Oh, und da geht es ziemlich tief runter. Oh, Entschuldigung. Da geht es ziemlich tief runter. Ich markiere mir den mal auf der Karte. Wenn ich denn meine Taste finden würde. Okay. Ja, hier Leute, da nicht irritierend, da haben wir gerade was ausprobiert. New, ich mache hier mal Dungeon. Mh, 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 mh. So. Safe. Gut. Meinst du, das ist wirklich ein richtiger, geiler Dungeon? Ja, ich glaube schon. Komm raus jetzt da. Okay, ich setze mir hier auch noch was rein. Also kein Haufen, sondern Wait on it. Setz doch mal einen Haufen rein. Äh, Dungeon. Dann ist es dein Terrarium. Fragget-Zeichen. Safe. Mein Terrarium. Ja, sorry Leute, das sind so Insider, das ist egal. Ich muss hier mal kurz wieder... Ja, komm raus, Diles. Ich muss Musik jetzt leiser stellen, weil es ist alles so laut und... Leute, was ist jetzt los? Und unerträglich. Habe ich jetzt eine Taste auf der Tastatur gedrückt, ich habe Standbild. Das ist gut, ich sehe dich aber noch. Oh Leute, ja sorry, ich habe außerdem meine Pause in die Taste gedrückt. Geil. Ah, warte mal, ich muss glaube ich die Tasten neu verlegen, kann das sein? Ja, während du das machst, ich gucke mal ins Questbuch rein. So, Quests. Survivalist. Wir haben nicht viele Quests, aber sind umfangreich. Also. Erste Quest, Larifari, Manual Submit. So, ich kann wieder nicht claimen, weil du noch... Ich glaube, du hast das wieder falsch eingestellt. Ich schwöre, ich habe das nicht falsch eingestellt. Doch, ich kann wieder nicht claimen. Du voll kurz... Mal, Reward Settings Multiple. Ja, aber ich habe das jetzt, bei mir steht dran, also 100% ist... Jetzt kann ich es claimen. Yay! Ich habe einfach mal... Ich kann das immer nur claimen, wenn du das auch hast. So, ich mache mal mein Inventar hier unten leer. Also, zu dem Modpack folgendes. Wir haben unten keine Anzeige von wegen Level, Energie und so weiter und so fort. Das ist alles oben links. Yay! Rote Balken ist Energie. Grün ist Sprinten, also Ausdauer. Hier vorne ist übrigens eine Hütte. Oder ein Dorf sogar. Da ist ein Dorf. Ähm... Warte, Fug. Da drunter ist unser Hungerbalken. Und da, da drunter kommt später dann so die... Oh. Ein Airdrop. Ja, das gibt es hier auch. Und da, da drunter ist die... Die, 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 die... Du bleibst beim Airdrop. Ich gehe vorne zu den Kisten. Da drunter kommt dann so ein weiße... Äh, warte mal. Warte, so ein weißer Balken und das ist die Rüstung. Ja. Ähm, ich habe da nämlich noch ein bisschen Gravel gefunden, gesehen. Ich nehme das gleich mal mit, weil letztes Mal beim Testaufnehmen, sage ich mal, haben wir nichts gefunden. Ja. Okay, ich glaube, ich muss wieder hier... Oh, das ist... Wie ist das nochmal? Controls... Ich habe Silver Goron Energy Drink, habe ich bekommen. Übel geil. Ja, die... Ja, Leute, und hier gibt es so witzige, witzige Futures. Äh, Features. Futures. Futures. Ja, Futuramas. Äh, genau. Äh, was für Attack 6? Or Extraction Grave. Genau. Or Extraction war das mit... Or Excavator, genau. Or Excavation, alles klar. Ist das... Zählt das hier wirklich als Axt? Oh, ja. Options, jetzt habe ich wieder was vergessen. Hey, junger Vater. Cyberware, nee. Genetics, nein. Iron Backpacks, hier. Was ist denn hier vorne? Dann, dann. Ähm. Ja. Was ist jetzt passiert? Alles gut. Also, wie gesagt, Leute, in dem Modpack gibt es verschiedene Sachen. Es gibt zum Beispiel kein Rezept für, ähm, äh, zum Bauen von, ach, sagst du mir, Workbenches? Gibt es nicht? Ja. Kann man nur finden. Genau, wo bist denn du? Äh, ich bin, habe gerade Gravel geholt. Und, ähm, sie haben nur begrenzte... Haltbarkeit. Richtig. Es kann auch sein, dass wenn wir eins abbauen, einfach nur Holz rauskommt oder Sticks oder so. Ich mach mal hier oben das Ding leer, gell? Ja, ich mach die leer. Kann man das schon abbauen? Nee, wir haben keine Spitzhacke. Scheiße. So, lass mal zum Dorf gehen hier ein bisschen erkunden. Hast du was... Hast du die, die, ähm... den Scheiß rausbekommen? Da war ja zwei Kisten oder so und, äh... Ja, ja, ich hab vier... Ich hab vier Kisten und eine Workbench, ja. Weil dann hätten wir ja direkt hier cruffen können. Ich hab ein bisschen Iron. Ah, ich hab keine Sticks. Nein, wir brauchen nix. Ja, aber um die Dinger gleich mitzunehmen. Loil, guck dir mal hier, wie geil. Oh, da unten, es gibt auch, ähm, Lava-Monster. Es gibt Hunde, da unten sind Hunde, Vorsicht. Ja, also... Es gibt schon einiges hier in dem Modpack. zu tun. Diese Hunde kann man leider nicht zähmen. Ich glaub's auch nicht. Was haben wir hier? Ja, es gibt kein Weiler. Was? Was siehst du? Weiler. Was? Also, äh, what I'm looking at. Also, dass du siehst, wenn du jetzt hier guckst, was das ist. Irgendwie ruggelt es gerade. Doch, es gibt's, es gibt's, es gibt's. Und zwar musst du das in so einen Helm, Helm bauen. Ja, das heißt hier The One Probe. Ja, genau, irgendwie sowas. Ja. Äh, ich nehm mal hier die Bücher mit. Achso, und Gravitation gibt's hier auch. Also, wie nennt man das, wenn Sachen wirklich runterfallen, so... Äh... Äh, keine unlogische Physik. Ja, genau, keine unlogische Physik. Also, aber es zählt irgendwie nicht immer, irgendwann... Manchmal fliegen... Ja. ...Blöcke, manchmal nicht. Und, äh, man kann auch nur mit bestimmten Blöcken, äh, 1x1-Türme bauen. Also, kann ich mal kurz zählen. Da ist schon... Ja, wer geht's nicht? Hier oben auf... Verschwindet einfach. Auf dem Dach. Auf dem Dach? Nice. Ja, ich hab's schon. Aktiviert. Ist dir eigentlich schon mal passiert, dass du von so einem Airdrop getötet wurdest? Weil's auf dem Dach... Ja, ja, ja. Echt? Geht das? Ich will bloß die Kiste, Leute. Nein, 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 nein. Nimm doch nicht den ganzen Scheiß hier auf. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Es wird dunkel. Ja, das ist cool. Ist das hier Carpenter oder ist das Wolle? Das Carpenter. Boutini! Boutini! Ähm... Hast du... Hast du ein, äh, Texture-Pack? Nein, ich hab keins drin. Ich hab diesmal keins drin. Ich warte hier noch auf den Airdrop. Sollen wir dann, äh, in die Mühle reingehen? Äh, ja, die besteht aus... Also, viel aus, äh, Stein. Die fackelt nicht so schneller. Oh, hier sind noch ganz viele Furnas... 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 Furnases. Ja, Leute, und nicht wundern, das Spiel ist bei mir auf Bright. Also auf Hell. Das Spiel macht es mit Absicht sehr, sehr dunkel. Okay. Den stelle ich auch mal auf Bright. Aha. Wir sind Bright, Bright. Wir sind Bright. So, du bist schon kräftig am Looten, sehe ich. Natürlich. Oh, hier sind nochmal zwei Workbenches. Die können wir nicht abbauen. Lasst sie einfach mal liegen. Ähm, was ich vielleicht machen will... Ich will das jetzt testen. Gibt es jetzt... Oh, nochmal zwei. Ja. Drei. Weiter oben. Weil wir haben das in der Single-Welt ausprobiert und... Oh, oh. Das sollte ich nicht machen. Ja, Leute, und Fackeln können Gebäude anzünden. Und nochmal, Alter, das ist, ey, Jackpot. Wir haben kein Holz. Das sind viele. Oh, Mann. Ich klau mir mal geschwind hier drei Holz. Oh, was hab ich getan? What the fuck? F3? Sind das Slaps? Äh, Stairs? Slaps, Alter. Ich slappe dir gleich auch eine. Ups. Hey, pass auf. Ja, das ist mein Terrarium. Terrarium. Ich brauche mal noch ein Holz. Oh, hier ist nochmal Weed. Ja, ich brauche hier nochmal ein Holz. Bleib doch mal weg. Wo ist jetzt das Holz hingeflogen? Hier. Weil ich will gucken. Und zwar, wir haben das ja im Singleplayer ausprobiert. Und du konntest nicht schlafen im Singleplayer. Und das will ich jetzt hier ausprobieren, ob das funktioniert. Nein, Spawn has been set. Du kannst dein Spawn hier mal setzen. Okay, wo ist das Mädchen? Ja, unten. Ganz unten. Ah, hier. Nein. Hoch, hoch, hoch. Aber vielleicht sollten wir einen Stockberg höher gehen, weil hier oben ist mehr Platz. Oh, hier oben sind nochmal Workbenches. Die baue ich alle ab. Nein. Doch, ganz oben. Ich bin gerade noch einen Stock höher. Ja, da sind drei und dann nochmal in den Räumen nochmal welche. Oh, da ist eine Schaufel und eine Hole. Nehme ich auch mal beides mit. Oh. Eine Höhe. So. Weißt du, hier oben, wo du das Weed angepflanzt hast, können wir eigentlich hin. Weil hier haben wir auch ein bisschen Platz. Ja. Ja. Bringst du mal das Bett mit hoch dann? Und tu mal hier die Kisten abbauen, bitte. Wir brauchen Kisten. Jede Menge Kisten. Weil sonst haben wir echt ein Problem. Lass die Scheiße einfach auf dem Boden liegen. Aber die Seeds nicht, die nehme ich mit. Ich bin gerade überfordert. Ich bin gerade überfordert. Wo soll ich das... Wo soll ich denn das Bett hin? Ich weiß nicht. Ich bin überfordert. Hier. Weil das... So. Was ich jetzt machen werde, ist... Ich werde... Ich habe elf Chests. Elf. Elf Chests. Elf Chests, Kollege. Geh doch mal weg. Du schiebst mich immer durch die Gegend, du Pflaume, Alter. Bin doch egal. Also, ich mache jetzt einfach mal hier die Chunk Chests, gell. Bis auf Ores und so. Die Ores behalten wir erstmal bitte... Äh, bei uns. Dass wir, äh, hier. Sag's mir. Das gleich ein bisschen ordnen können. Was du davon halten. Mhm. Good idea. Sehr gut. Was machst du? Dein Terrarium. So, ich gucke mal ins Questbuch rein, Leute. Ja. Wir haben noch keine Sticks. Müssen wir finden. Wir haben noch kein Holz. Müssen wir auch finden. Ja, aber bei Nacht... Ich gehe so ungern bei Nacht raus, weil nachts... Ihr seht schon oben auf der Karte. Manche stinkt nach Terrarium. Okay. Ihr seht schon unten auf der Karte, äh, oben rechts auf der Karte, das, äh, ist nicht so erfreudig, wenn man jetzt rausgeht. Ja. Ey, und, äh, Jobo hier, bitte deine Ordnung einhalten, ja? Warte mal. Essen, 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 Herzen, essen. Ja, ja, nicht so wieder eine Singleplayer-Welt. Wir haben eine Singleplayer-Welt, weiß nicht, wie lange haben wir gespielt? Halbe, dreiviertel Stunde? Zum Testen. Und die Kisten waren ein Mess. Das war... Junge, das sah schlimmer aus wie bei manchen Leuten. Wie bei Hempel zum Sofa, du. Also, Workbenches stehen hier schon mal, das ist gut. Muss man nicht machen. Irgendwo waren doch noch welche, oder? Ne, hier oben waren bloß noch die Chests. Ach, hier. Ich nehme mal die ganzen Chests hier oben mit, gell? Alles klar. Ich muss erst mal hier eine Runde weinen. Oh, ja. Ich will auch weinen. Ich will auch... In der eigene Ecke. Verschwind, du. Wo ist meine Glasflasche? Hier. Ich muss es den Leuten zeigen. So. Wir haben hier eine ganz normale Glasbottle. Not travel. Ja? Man stellt sich hin. Am besten in eine Ecke. Nein, geht nicht. Warum nicht? Geht mit meiner Flasche. Meine ist voll. Geht mit meiner nicht. Meine ist jetzt voll. Ah, ich habe meine am Anfang weggefeuert. Das sind ja nicht normale Wasserflaschen, wo man hier hat. Und zwar, in die Flasche kann man rein weinen. Ich tue es mal hier rein. So kriegt man Salz. Musst du in den Ofen packen und dann kriegst du Salz. Genau. Ah, hier ist sie. Bottle of Tears. Ich habe sie gefunden. Komm. Hört genau zu, Leute. Ich bin ganz traurig. Jetzt muss ich die schön aufhüllen lassen. Ihr seht. Die wird gerade voller und voller und voller und voller. Und du hast Weakness und Slowness mit der. Der frisst schon wie ein Ochse. Wahnsinn. Ich habe Bock auf Toast. Lass mich in Ruhe. So, Flasche ist voll. Wo hast du die Flasche rein? Hier oben. Ähm, irgendwo, wo schon mal Flaschen drin waren. Dann wird es langsam hell. Nein, es wird immer noch dunkel. Wir müssen jetzt gucken. Ich tue mir hier übrigens mal einen Wegpunkt hin machen. Äh. M. Waypoint. Äh. Wir nennen das mal Home. Denke ich doch mal. So. Also, wir müssen warten, bis es Tag wird. Was ist da vorne eigentlich so mit den Lichtern? Siehst du das auch? Guck mal. Warte ganz kurz. Mit den Lichtern. Da, hier in die Richtung, wo ich gucke. Da. Sind da vorne bei dir auch Lichter? Ja. Vielleicht. Warte mal. Äh, Lava. Lava. Sieht man auf der Minimap. Mr. Lava, Lava. Ja, genau. Ah, da ist das Dungeon. Fragezeichen. Ja, da ist Dungeon. Und da sind die komischen Lichter. Und da sieht man einen Gegner. Ich gucke jetzt gerade mal. Ich zeige euch das mal echt. Ich bin auf Bright. Wenn ich das ganz normal hätte, guck mal, wie das dann aussieht. Du siehst gar nichts. Das ist der Wahnsinn. In diesem Modpack ist die Nacht einfach so extrem. Hatschi. So. Er hat nix gemerkt. Freunde der Sonne. Ja, wir können es halt nicht. Oh, das sind Glowstones. Doch, mir fällt ein, was ich machen kann. Hihihi. Mir fällt auch ein, was ich machen kann. Ne, können wir nicht. Wir haben kein Holz, gell? Okay, ich kann es doch nicht machen. Ah, scheiße. Jetzt müssen wir warten. Das ist ja immer voll verzögert mit den Chests sortieren, gell? Mit mittlerer Braustaste. Echt? Mhm. Das ist immer so leicht verzögert. Ja. Au. Hier ist ja noch mehr Weed. Smoke Weed every day. Da sind Hunde. Und hier gibt es diese Schwierigkeit, Leute. Und zwar nach bestimmten Anzahl von Tagen werden die Gegner stärker. Oh, schon mal eine Hau. Und ich weiß jetzt, die habe ich hier im Inventar hier. Ich habe nur auch noch eine. Ich habe zwei sogar. Ja, hier. Dahinter, die liegt zu. Ich habe schon eine. Ich habe doch jetzt drei, Junge. Ja, dann gib mir eine. Niemals. So, die sind jetzt da oben. Leute, die ist offen. Ja, weil ich an der Kiste bin. Oh, Mann. Es wird wieder Tag. Ja, es wird langsam Tag, Leute. Und ihr seht es. Das sieht echt komisch aus. Da unten steht jemand, der will, glaube ich, hier einziehen, Markus. Das ist, glaube ich, deine Freundin. Guck mal. Zeig, wo? Da unten. Ja. Das ist Yolanda. Yolanda. Lass mir einen. Könntest du heute vielleicht außerhalb vielleicht was zu tun? Wir haben nur ein Bett. Hey. Nur ich verprügel meine Freundin, okay? Das ist nicht deine Freundin. Oh, doch, das war deine. Es tut mir leid. Also folgendermaßen. Diese Raiders, beziehungsweise die Gegner, die werden nach der Zeit stärker und klüger. Also das heißt jetzt nicht, du kannst dich einfach auf gut deutschen Untergrund einbauen und bist da sicher. Es geht, aber die können sich auch zu dir bauen. Und graben irgendwann. Graben. Und wenn du dich hoch in den Himmel baust, bringt dir auch nichts. Fällt alles davor. Nö, das ist jetzt die Nebensache. Ich meine jetzt, die können sich auch... Da ist ein Schiff. Ein kleines Schiff, oder? Ja, keine Ahnung. Ne, wo ist ein Schiff? Bist du besoffen da? Auf was hast du deine Rinderdistanz? Auf Tiny oder was? Da hinten steht Superman. Ah ja, da. Da steht Superman, guck mal. Warte mal kurz. Äh, Video-Settings? Rinder, acht Chunks. Mach ich mal auf 15. Ne, ich hab auf 10. 15 ist heftig. Guck mal, da steht... Boah, dieser blöde Fisch. Das ist ein Piranha. Ein Piranha. Das ist unser Terrarium. Ja? Hau ab. Guck mal, da oben steht Superman. Oh, jetzt ist er weg. Da, auf dieser kleinen Insel da hin. Gibt's was zu looten. Noch ein Fisch. Oh, diese Drecksau. Hey! Ich glaube, ich müsste doch einen Death-Counter einbauen. Also einen Todes-Counter. Und dann gucken wir mal nach so 20 Folgen oder so. Wer mehr stirbt. Lois, seit wann kannst du mit der Schaufel... Hä? Hast du eine Schaufel? Nö. Komisch. Hast du eine Schaufel, hm? Ey, Alter, diese blöden Piranhas gehen halt echt übel auf die Eier. Ich finde es cool, dass die nur dich wollen. Also mich lassen die hier in Ruhe. Irgendwie habe ich gerade so... Ich habe gerade irgendwie so kleine Lecks. Da hinten ist so ein tolles Haus. Ah, das ist, glaube ich, so ein Stall, wo die Dreckspferde drin sind. Mist, Viecher. Ach, von der letzten Folge, da. Da habe ich rauszusehen, weil einen verprügelt. Ich bekomme hier ziemlich guten Stuff. Das ist sehr gut. Also wir werden, denke ich mal, das Questbuch so weit machen, wie es geht. Aber viele Mods zum Beispiel kenne ich gar nicht und interessieren mich. Ach, hallo. Entschuldigung. War das deine Insel? Ich habe einen Stick. Oh nein. Wir haben ein kleines Problem. Wir haben ein kleines Problem. Hier ist nirgends Holz. Ich glaube, wir müssen das Schiff abbauen. Ja, aber da hinten ist auch noch mal ein Horst. Das können wir eigentlich auch abbauen. Ja. Ich will halt noch nicht zu dem Schiff hin. Sind da Gegner drin? Manchmal nicht. Manchmal schon. Das Problem, die Fische können auch durch das Holz manchmal angreifen. Das habe ich mal gemerkt. Das fand ich jetzt nicht so geil. Hey, hey, hey. Was für eine Spitz hat. Nee. Komm da an, komm da an. Hast du leer gemacht, alle? Mhm. Gut. Ich hole mal hier Livestock-Crate, okay? Ja, mach mal. Obwohl, da kommt ein Tier raus. Egal, mach doch. Haben wir ein Tier? Hast du eine Quest gemacht, oder was? Nein. Das kommt immer, wenn du... Guck mal, die prügeln sich gegenseitig. Der Bingoin macht den voll fertig. Ah, das ist jetzt... Oh, doch, ist gut, ist gut. Ey, du Drecksfisch, Mann. Rastet hier voll aus. Ey, Junge. Ich geh, ich geh mal hier... Juhu! Was ist das, ey? Raketenpiranha, oder was? Alter, der töte mich hier. Also ihr hört schon, bei... Bei Markus ist es mega Action. Wenn ich laufe hier rum und loote und mach mal hier die ganzen Live-Drops. Rapid ist rausgekommen. Cool, wir haben einen Hasen. Oh Gott, und ich bin fast tot. Ha, ha. Wir haben noch kein... Haben wir schon irgendwelche Quests gemacht? Ne, noch nicht. Wir brauchen Holz, um Quests zu machen. Oh, shit. Und da bin ich ja jetzt gerade auf dem Weg. Hey, hier sind richtig viele. Das nenne ich einen Abgrund. Ja, hier so. Oha. Ach, du Heilige. Und, Leute, hier kann man die Waffen leveln. Also so eine Art wie ein Tinkers, aber nicht wirklich wie ein Tinkers. Jetzt seht ihr unten zum Beispiel, mein Glitzerschwert ist level 2. Wo ist dein Glitzerschwert her? Das war in einem... Äh, in einem Chest. Richtig unfair. Höhöh, höhöh. Haha, Björn. Höhöh. Ich hab hier noch ein Glitzerschwert bekommen, wenn du willst. Hey, die tun da drüben das Zeug leer looten. Ach, ne, das bist du. Nein. Oh, ich hab ein Schild gefunden. Einen golden. Oh, nein, nein, nein. Ich hab... Ich hab ein Piranha gehört. Solange du nur gehört hast, ist doch cool. Ja, aber... Ich geh mal hier zu deinen Freunden, dem Pferden, ja? Ich hol, glaub ich, gleich mal so ein Medical Shit da. Du musst gleich mal herkommen und dir das bitte angucken. Gibt's hier keinen zweiten Stock in dem Riesengebäude? Nö. Ähm... Ähm... Uh, was ist das? Utility Crate, ach so. Und weg hier. Andere Seite, andere Seite läuft. Falsche Richtung. Ich weiß. Äh, ja, ja. Aber Junge. Aber Junge. Oh, ich hab nur eineinhalb HP sozusagen. Einen Balken und dann noch ein halbes. Und da ist ein Piranha. Oh, nein. Denk dran, keep inventory, ist nicht an. Ich weiß. Gut. Ah, das sind zu viele Piranhas. Äh, Duck Tape. Ich nehm mal den... Oh. ...Sandy Dirt hier raus und nehm mal die Climbing Robes mit. Oh Gott, das ist echt gefährlich hier jetzt, wenn ich so ein scheiß Piranha hier angreife. Lol, Alter, kann's eigentlich noch ein größeres Loch hier geben, ey? Nein! Oh, mein... Alter. Gott. Diamonds. Du Dreckfisch. Hilf mir. Was hast denn du? Ja, dieses Dreckfisch, der hätte mich fast runtergeschutzt. Aua, aua, aua. Deswegen. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab nur nicht schreien hören. Nein! Ich weiß. Da drin ist ein Schwert, gell? Äh, hier in dem, wo ich grad drin bin. Ein Ultra Rare. Bring's mir mal mit, ich hab' keinen Bock, dass mich so ein Fisch plötzlich aufschließt. Ja, das Problem ist aber, ich will das andere Zeug haben. Na gut. So nehm ich das alles hier. Okay, ich bin da. Hier, 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 ich schmeiß's dir hier hinter, hinter mich. Das ist aber nicht mehr so gut haltbar. Aber das ist ja egal. Boah. Wie können wir's reparieren? Äh, dafür hab' ich was. Ich hab' Duck Tape. Warte, ich schmeiß's dir raus. Ach, mit Duck Tape kann man reparieren? Verdammt. Duck Tape. Uhuh. Kannst du noch irgendwas mitnehmen? Hey, hau ab hier. Das ist unsere Insel, ja? Das ist unser Terrarium. Man kann das nicht mit Duck Tape reparieren. Doch, das Duck Tape musst du irgendwie im Inventar haben. Ich weiß nicht, musst du nachgucken. Jetzt guck mal schon hier rein zu den Pferden. Ich möchte dir da schon was zeigen, ob das bei dir auch so aussieht. Sag mal, was spiel hier? Ah, ah, okay, ich weiß, wie's funktioniert. Okay. Du musst Duck Tape im Slot von deinem Schild haben, Schwert ausrüsten und dann rechts klicken, dann wird's repariert. Ja? Ja. Aber jetzt ist es leer und wie kann ich das Duck Tape jetzt reparieren? Oder schmeiß man das dann einfach weg? Ich hab' keine Ahnung. Ich hab's weggeschmissen. Warte mal, hast du noch was zum Essen dabei oder brauchst du was? Ich hab' noch Creeper Cookie. Ja, aber hier drin ist Brot. Hier, in der Kiste. Jetzt möchte ich mal geschmissen was von dir wissen. Guck mal. Nee. Nee. Hä? Jetzt sind die gar nicht mehr... Oh, hier ist auch eine Kiste. Nochmal Diamonds. Da ist eine Brustplatte drin. Ja, ich hab mir kurz her hingeholt. Ja. Brustplatte. Ich hab' noch mehr Duck Tape. Ich hab' keinen Platz mehr im Inventar. Wo bist denn du schon wieder? Ich huck mir... Oh nein. Was machst du? Oh, Enchanted Medikit hab' ich bekommen. Ja, komm her jetzt hier in die Hütte. Ja, komm mal runter. Oh, nice. Also es war grad eine Hexe. Wenn man der zu nahe kommt, dann... mag die einen sehr doll. Mein Inventar ist voll. Willkommen im Club. Ich komme langsam aber sicher. Ja. Also hier drin ist nur Scheiße. Oh, da sind... Oh, das sollte ich vielleicht mitnehmen. Von wegen, da ist nur Scheiße drin. Auch Sepplinge. Oh Mann, beeil dich mal, sonst wird's gleich dunkel und wir müssen noch nach Hause tigern. Guck mal hier hinten. Das ist blöd. Hier in der Chest, da ist noch Duct Tape drin, wenn du Platz hast. Und hier in der Chest ist Brustpanzer, Duct Tape und ein Drill Core. Ach, die stacken die Duct Tape, okay. Boah, ich hab keinen Platz im Inventar. Was hast du alles im Inventar? Bestimmt wieder nur Scheiße. Wend mal. Ich nehm mal das Duct Tape mit. Ich hab das Duct Tape jetzt. Ja, ich hab von hier... Hier ist ne Brustplatte drin. Oh nice, die kann ich direkt ausrüsten. Mhm. So, und jetzt sollten wir uns mal wieder Richtung... Richtung Heimat. Ja. Leu, was ist das da für ein Block da unter Wasser? Siehst du den? Der ist so komisch blau. Nein, nein, nein. Hier, hier, hier. Hier in die Richtung. Hier. Ah, ich seh, was du meinst. Ja? Ich hab keine Ahnung. Ey, dieses Drecksviech, Junge. Ist da noch irgendwo einer? Ist das vielleicht ne Pflanze oder ja? Mann kaputt. Mann kaputt, Junge! Ha. Ups. Ja, danke. Ja, danke. Alter. Passiert's. Ach, das ist ein Airdrop unter Wasser. Ich geh... Komm, 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 komm. Es wird dunkel, es wird dunkel. Es wird dunkel, komm, komm, komm. Ja, ich will doch nur hier. Ja, damit ich nicht so weit schwimmen muss. Ja, danke. Oh! Oh mein Gott, dieses... Ey, ohne Witz, diese Fische. Die machen mich verrückt, ich sag's dir. Leute, Leute, wir spielen kein Minecraft hier. Wir spielen grad das übelste Horrorgame, ja? Das ist mein Job. Horrorfische. Ich renne jetzt nach Hause. Leck mich am Arsch. Oh nein! 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 Ihr kriegt mich nie, ihr Drecksviecher. Ich renne nach Hause, es wird dunkel. Ciao! Ciao! Mistviech, ey. Oh Mann, es wird doch richtig dunkel. Wir dürfen im Haus selber drin keine eigenen... Oh nein! Oh nein! ...Fakten setzen. Oh fuck, es wird so scheiße dunkel. Ja, ich weiß. Oh mein Gott, ich seh einfach nichts mehr. Ja, komm, bevor du jetzt stirbst, dann teleportier dich halt heim. Oh mein Gott. Das ist deine Zuschauer auch, was zu sehen. Oh mein Gott, oh mein Gott, okay, ich sterbe. Okay, ich hab mich... Oh mein Gott. Ich hab mich teleportiert, alles gut. Ja, bist daheim. Hallo! Ja. So, wir haben eine dicke Ausbeute, muss ich sagen. Also, so schlecht ist die Ausbeute gar nicht. Alter, aber ich hab wirklich auf... Right, ich hab komplett hoch. Aber ich konnte nichts sehen. Nichts. Das ist was zum Fressen hier. Oh, ich hab noch Redstone im Inventar. So, erstmal alles ablegen. Äh, ja, aber ein bisschen sortiert, gell? Ja, da sind die. Robes, Duct Tape, Drills. Das der hier kommt auch hier rein. Wo ist denn die Futterbox? Hier, guck mal, ich hab einen goldenen Apfel gefunden. Sollen wir in die Futterbox auch die Supply Drops rein? Ja, ja. Ich hab einen Eisenhammer. Nice. Ist das wie eine Spitzacke? Ja, gell? Zum Angreifen und mit Hammer kannst du, äh... Quarz herstellen. Ja, dann tu ich den hier rein. So, äh, oben hier tu ich auch die ganzen Horse Armors und alles rein. So, Chests sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. So, ich werde jetzt mal hier geschwind... Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Hab wir eine extra Box für Seeds? Ja, haben wir. Also, ich kann zwei Spitzhacken herstellen und das werde ich jetzt auch tun. Dass du eine hast und ich eine hast. Ich werfe sie dir hinter dir, gell? Okay. Alter, wo habe ich die ganzen Nailed Bats her? Cheater. Sag mal, kannst du mir mal verraten, wozu das hier ist? Ja, sag ich es dir nochmal. Äh, das sind Neuropos, Anti-Rejection. Ja, das ist, ähm, für diese, ähm... Ach, wenn du zum Cyborg wirst. Das ist eigentlich Müll, das kannst du echt wegschmeißen, weil... Wollen wir nicht zum Cyborg werden? Doch, aber das ist wirklich, wirklich, wirklich Endgame von dem her. Und so lange kann ich das nicht in den Kisten haben, weil das braucht nur Platz ohne Ende. Das braucht wirklich Platz ohne Ende. So, und es ist schon wieder Nacht und wir haben keinen einzigen Baum gefällt. Was ich jetzt machen werde, ist jetzt, ich werde jetzt die vier Setzlinge nehmen, werde runtergehen und werde die anpflanzen. Oh, wir haben ganz schön viel Besuch unten, das ist blöd. Ich erwarte niemanden. Alter! Was ist denn? Da ist so ein, so ein Großer und der hat mir voll eine mitgegeben. Ich habe Hälfte meines Lebens verloren. Ja. Wer nutzt dein Schild? Boah, ich brauche erstmal Heal, ey. Haben wir irgendwo Heal? Ach so, scheiße, wir können ja keine Mission machen. Ich muss Bäume wachsen lassen. Jetzt habe ich den Scheiß hier wieder aufgehoben. Geh weg. Äh, äh, ja, ich habe es gerade gesehen. Ich beschütze dich. Ich sehe halt nicht, ob irgendwas dirt ist und was kein dirt ist. Okay, wir können wieder rein, die Bäume wachsen. Mach die Tür zu. Kann man eigentlich mit dem Weed irgendwas herstellen? Ein Heubeln. Nee, kannst du eben nicht. Das ist nämlich genau das. Okay. Was kann man denn damit machen? Culinary Generator. Kekse. Nice. Soll ich uns Kekse machen? Mach Kekse. Brauchen wir dafür nicht Milch und Eier? Nein. Einzige, was wir brauchen, sind Kok... Ähm... Kok... Kokabeans. Kokabeans. Kokain. Ich mache uns mal ein paar... Kokain. Ich mache uns mal ein paar Kekse. Ich habe 16 Kekse. Nee, nee, ich brauche nicht mehr. Ich habe nicht mehr so viel. Zu spät. Ja. Wo hast du jetzt das Weed her? Aus welcher Chest? Aus der hier. Nee, aus der hier. Nee, aus der Pflanzenchest. Essence. Essence Chest. Ich muss mich heilen irgendwie. Haben wir irgendwie was zum Heilen? Ja. Eben nicht. Ach, hier oben. Können wir versuchen aus dem Medical... Medical... Achso, da sind zwei Herzen. Können wir noch nicht. Wie können wir noch nicht? Wir können noch nichts recyceln. Medical Great Air Drop Request Remote. Ja, machst du das bei Nacht? Nee. Gut. So. Habe ich eine Mütze auf? Nein, ich habe keine Mütze auf. Oh, das ist eine Ultra Rare Mütze. Die name me. Wie viel? Ah, du hast 53%. Wie viel habe ich? Ich müsste auch so um die etwas über 50 haben. Du hast genau 53, genauso wie ich. Wie viele Hitpoints hast du? Steht vorne. Die vordere Zahl. Welche vordere Zahl? Guck mich an. Achso, 10,79 hast du. Bei dir 10,68. Hier, nimm den Herz, äh, das Herzding. Das kannst du ja benutzen, um dich ein bisschen zu heilen. Zwar nicht viel, aber besser als gar nichts. Ja, wenigstens ist mein Bildschirm nicht mehr so rot. Ja. Ach, Menno, wir können nichts machen. Wir müssen warten, bis die scheiß Bäume gewachsen sind. Die sind jetzt bei 33. Ja, gibt es hier... Ich gucke mal noch schnell. Nein, gibt es nicht. Ah, Menno. Ah, hier gibt es aber das All-in-One-Tool. Wie heißt denn das? A-I-O-T. Gib mal ein A-I-O-T. Das geilste Werkzeug ever. All-in-One-Tool. Hm, okay. Ja, brauche nur ein paar Void-Crystals. Und dafür brauchen wir dann den Powerer und, ja, leck mich am Arsch. Wie, man braucht Void-Crystals. Ja, Void-Crystals. Man kann aus allem das A-I-O-I-Tool machen. Ja. Aber zu... Ein Diamant-AO-I-Tool. Ja, aber guck doch mal zum Beispiel... Ähm... Wo ist... Ja, obwohl doch Diamond hat das am besten. Dafür brauchen wir zwei... Fünf... Acht... Neun... Zehn... Elf Diamonds. Und wir haben sechs. Sehr gut, gell? Tada! Alter, guck mal. Der hat schon eine Gilded Armor. Gilded Chestplate. Iron Leggings Ultra Rare. Iron Boots. Und Leather Cap. Äh, Ultra Rare. Ja, aber alles in den Chests. Ja gut, wir können jetzt nicht mehr viel machen. Sollen wir die Zeit nutzen und die Folge dafür beenden? Ja, schon. Weil sonst langweilen wir nur die Zuschauer. Freunde der Sonne. Wo bist du? Hier draußen. Oh, guck mal, da unten ist ein Freund. Ein Vertreter. Wir wollen nichts kaufen. Wo bist du? Okay, alles klar. Siehst du den? Ja. Naja. Oder schon ein Stock geworden. Auf jeden Fall. Ne, über uns? Unter uns. Ein Stock... Äh, unter uns, ja. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Schmerzt dich auch. Haut rein. Ciao. See ya.